Der Meisterbrief und die Meistermacher, das sind Themen der aktuellen Ausgabe von HWK TV, unmittelbar vor der großen Meisterfeier der Handwerkskammer Koblenz am 8. März in der Rhein-Mosel-Halle. 621 Jungmeisterinnen und Jungmeister des Jahrgangs 2014 werden an diesem Tag ihre großen Befähigungsnachweise entgegennehmen und mit dem Meisterbrief beruflich und persönlich weiter planen. Hier wird nicht gefeiert, sondern gebüffelt. Im Berufsbildungszentrum Rhein-Prohl der Handwerkskammer Koblenz bereiten sich aktuell Straßenbauer auf ihre Meisterprüfung vor und pauken theoretisches Wissen und praktische Fähigkeiten. An diesem Tag geht es um Maßstabsberechnungen und das Übertragen von Maßen in Pläne und Realitäten. Für die angehenden Meister steht Christoph Wenz als Dozent Rede und Antwort und vermittelt dieses und andere Themen. Der Lehrer der Berufsschule Lahnstein ist Fachmann für Bautechnik. Davon profitiert unter anderem der 23-jährige Florian Stellwagen aus Alzheim, der bei der Handwerkskammer auf Meisterkurs ist und gute Gründe für die Teilnahme am Kurs nennt. Ich mache den Meister, um bei mir in der Firma als Polier arbeiten zu können. Meine Firma ist die Farbebau GmbH und wir haben ungefähr 1200 Mitarbeiter. Ich habe schon als Vorarbeiter gearbeitet und die Verantwortung zu übernehmen, selbst in der Kolonne zu führen. Was für ihn Verantwortung und Perspektive im Unternehmen bedeutet. Dafür besuchen Florian Stellwagen und seine Mitschüler einen Vollzeitkurs, der in kompakter Form Wissen vermittelt. Auch Andreas Pöhr drückt hier die Schulbank und ist mit 43 Jahren der älteste Meisterschüler und erzählt mit einem Lächeln. Ja, ich habe auch den Spitznamen Opa hier, aber kann man mit leben. Das Miteinander im Klassenverband beschreibt er als ausgesprochen gut. Gegenseitige Unterstützung beim großen Zielmeisterbrief eingeschlossen. Wir helfen uns auch gegenseitig, also das ist ein wunderbarer Klassenzusammenhalt hier. Also die Klasse hält doch schon sehr gut zusammen und hilft sich auch gegenseitig. Das unterstreicht auch Taifun Tanrikulu aus Elz in Hessen. Der 27-Jährige hat bereits ein BWL-Studium absolviert und holt sich nun im HWK-Meisterkurs das praktische Rüstzeug, um den vor 25 Jahren von seinem Vater gegründeten Baubetrieb zu übernehmen. Also ich mache den hier Meisterkurs, weil ich von meinen Eltern die Firma übernehmen möchte. Mein Vater ist seit 25 Jahren selbstständig und wir sind aus Elz in der Nähe von Limburg. Und wir sind 17 Mitarbeiter haben wir und hauptsächlich machen wir Tiefbauarbeiten, Pflaster, Bordscheine, also in dem Bereich, der mich spezialisiert. So bringt jeder Teilnehmer seine eigene Geschichte mit in den Meistervorbereitungskurs und hat klare Pläne mit dem Brief. Die Rahmenbedingungen bei der HWK bekommen dabei Bestnoten und neben Zahlen, Formeln oder Fakten stehen auch andere Werte im Fokus. Die Dozenten versuchen halt alles genau für die Praxis herzurichten und dass wir genau vorbereitet werden. Bis jetzt klappt es sehr gut. Das ist momentan wirklich schwer für mich. Also ich bin ja schon lange, ich sag mal aus der Schule raus, schon über 20 Jahre. Momentan aber die Mitschüler und auch die Dozenten nehmen da große Rücksicht drauf und helfen mir auch sehr. Also voll zufrieden mit der Ausbildung hier. Kann ich nur loben. Macht auch relativ Spaß hier im Unterricht. Also wir lernen auch sehr viel. Und die Dozenten, die sind alle nett. Die sind immer hilfsfreit. Das große Ziel-Meisterbrief hat Straßenbauer Christoph Fischer aus Zeller bei Fulda bereits erreicht. Nicht irgendwie, sondern als Jahrgangsbester seines Handwerks. Er und die Besten ihres Faches sind auf dem Titel der kommenden Ausgabe Handwerkspezial abgelichtet. Die Ausgabe erscheint als Magazin in der Rheinzeitung am 7. März. Einen Tag vor der großen Meisterfeier, zu der am 8. März über 1200 Gäste in der Koblenzer Rhein-Moselhalle erwartet werden. Und die Thema der nächsten Ausgabe von HWK-TV am 11. März ist.